Hallo alle zusammen, die nächste Tanki ist fertig, die Tanki Nummer 65. Ihr seht einmal so die kleinste Bauform, die ich mache. Hier nochmal in Silbern, die ist auf der einen Seite gestimmt auf Akebono, auf der anderen Seite in den Ganztönen. Hier gibt es nochmal ein kleines Klangbeispiel, das ist die Seite mit den Ganztönen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die andere Seite ist die Akebono Stimmung. Die andere Seite ist die Akebono Stimmung. Die E-Mail-Adresse steht unten drunter. Alles Liebe, ciao!